Das Adlon Kempinski Hotel in Berlin ist der größte begehbare Kleiderschrank Deutschlands. Jedenfalls in diesen Tagen, denn es ist Fashion Week in Berlin. Und die Designer, die hier ihre Mode ausstellen, haben alle eins gemeinsam. Sie produzieren nachhaltig und ökologisch. Fairtrade sozusagen. Aber wer kann sich das eigentlich leisten? Nur die, die hier auch einchecken können? Das finden wir jetzt mal heraus. Colette, was ist so speziell über eure Collection? Unsere Collection ist nur mit organischem Material oder recyceltem Material. Deswegen nennen wir sie mein schönes Bag. Und der Preis. Wir wollten unsere organische Armband und Recyceltemail der gleiche Preis als der konventionelle Kotton oder der normalen Nylon-Bag. Sagen Sie, was muss man so für ein Armband Ihrer Kollektion auf den Tisch legen? Das kommt jetzt darauf an. Ich habe drei Breiten. 3 cm, 3,5 und 4 cm. Und da ist der Preis zwischen 78 und 98 Euro. Das ist ja schon ganz schön happig, oder? Das scheint auf den ersten Blick sehr viel Geld. Aber es ist so, dass es ein sehr wertvolles Armband ist. Also vom Material. Man kann nicht sagen, es ist ein Rest, der nichts kostet. Es ist auch eine extrem aufwendige Arbeit. Wie viel muss man denn für eine ihrer Taschen bezahlen? Ja, es ist ein sehr wertiges Produkt. Und die Produkte liegen beim Endverbraucher so circa zwischen 300 und 500 Euro. Sag mal, warum hast du dich dafür entschieden, deine Mode grün zu produzieren? Für mich war das einfach eine ganz logische Sache. Ich denke, es kann nicht so weitergehen, wie das bisher gelaufen ist. Dass im Endeffekt immer mehr produziert wird, dass dann alles in Landfilz endet. Was sind denn die genauen Konditionen, damit man seine Mode als nachhaltig bezeichnen darf? Unsere Kondition ist komplett GOTS zertifiziert. Das ist Global Organic Textiles Standard. Das ist ein Standard, eine Zertifizierung, die sowohl die Arbeitsumstände, als auch den Tierschutz, bis hin zum Material, Färbevorgang, alles zertifiziert. Warum ist es so wichtig, Organic Kotten oder Organic Materials zu nutzen? Für ein Kilo von Konditionen, der normalen Konditionen, braucht man zwischen 9,000 bis 70,000 Liter. Es gibt 2 Kilograms von Konditionen und Pesticides. Every year, wir haben zwischen 30,000 bis 40,000 Menschen, die die Konditionen getötet werden, durch die Konditionen der Konditionen. Unsere Ziel ist es auch, zu informieren die Menschen, dass sie ein bisschen bezeichnen werden, bei ihnen, warum wir sie benutzen, und zu zeigen, dass es gut für sie und für alle gut ist. Würden Sie sagen, dass grüne Mode an sich momentan noch ein Luxusartikel darstellt, weil sich die meisten Leute das nicht unbedingt leisten können? Also ich denke, sich grün zu befassen, Kleidung, Nahrung und so weiter, da kann man auch schon niedrig anfangen. Und es ist schon aus der Nische etwas rausgekommen. Ich glaube, der nächste Schritt ist im Anmarsch. Also ich finde, Nachhaltigkeit und grün bedeutet für mich auch, dass ich mir nicht 1.000 Taschen kaufe, sondern eben auch mal eine, und da auch viel, viel Wert drin steckt. Also warum brauche ich 10 Taschen, wenn es doch eine ist, die mich genauso begleitet? So, das war's von uns von der Fashion Week. Fazit des Tages. Grüne Mode ist an sich noch ganz schön teuer, aber vielleicht muss man auch einfach mal ein bisschen sparen, wenn man dafür weiß, wo die Sachen herkommen und wer sie hergestellt hat. Eine Ausnahme gab's. Das waren Colettes Beautiful Taschen. Da gehe ich jetzt noch mal hin und schaue mal, ob ich ein günstiges Teilchen für mich absagen kann. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.